Mein Sohn, bewahre meine Worte und birg meine Gebote bei dir. Das war ein Vers, den ich in den Sprüchen gelesen hatte und der gilt nicht nur für die Söhne, für die Männer, sondern auch für die Frauen. Bewahre meine Worte und Gebote bei dir. Als ich diesen Vers gelesen habe, fiel mir eine Begebenheit ein, die ich gesehen hatte von einem Mann, der besonders alte Münzen gesammelt hat. Dazu hatte er seine Kellerräume ausbauen lassen. Er hatte besondere Sicherheitsschlösser anbringen lassen, Kameras, die alles aufzeichneten, was sich dort bewegte. Er hatte besonderes Licht verlegen lassen, damit die Münzen in ihrer Schönheit zur Vollendung kommen könnten. Er war mit anderen Sammlern im Kontakt, um sich immer wieder auszutauschen über diese besonderen Sachen, die er da, die besonderen Münzen, die er da sammelte. Als ich das gelesen habe und diese Verbindung zu diesem Wort aus den Sprüchen in meinen Sinn kam, dachte ich, ja, das ist vielleicht genau das passende Beispiel für uns. Wir sammeln keine Münzen, aber wir sollen das Wort Gottes in uns aufnehmen, das Wort Gottes in uns quasi auch sammeln. In dem Text heißt es, birg meine Gebote, meine Worte bei dir. Dieses Wort bergen, das ist etwas, was wir vielleicht nur von Rettungsaktionen kennen, aber es beinhaltet bewahren, sichern, festhalten, unter Verschluss bringen. Warum sollten wir das Wort Gottes in unserem Herzen bewahren oder beschützen? Nun, es ist ganz einfach. Der Feind geht immer auf Raubzug und er ist sehr daran interessiert, das Wort Gottes aus deinem Leben zu rauben, aus deinem Herzen rauszunehmen. Und du sollst alles daran setzen, dieses Wort Gottes zu bewahren, in dich aufzunehmen, es immer wieder zu betrachten. Deswegen hatte mir diese Story mit dem Münzsammler so gut gefallen. Er hat gesagt, er verbringt ein bis zwei Stunden täglich, um sich mit diesen Münzen zu beschäftigen, sie anzuschauen, sie in den Händen zu halten, sie in dieses besondere Licht zu halten. Am Wochenende würde er noch viel mehr Zeit damit verbringen, so erzählte er. Ich habe gedacht, wenn das jemand schon mit Münzen macht, wie viel mehr sollten wir das mit dem Wort Gottes machen? Es in diesem besonderen Licht, was Gott uns schenkt, durch den Heiligen Geist betrachten. Wie viel mehr sollten wir es in uns aufnehmen, bergen, schützen, bewahren? Ich möchte dich durch diese Story sehr ermutigen, das genau mit dem Wort Gottes zu machen. Nimm das Wort Gottes in dich auf. Wie einen Schatz bewahre es in dir. Du wirst sehen, welchen Reichtum es in dir entfaltet. Gott hat mehr für dich.